Äh, tausche ich doch glatt mal aus jetzt. Mach das mal. So. Eine Fresse, ey. Was denn? Ja, das hat mich genervt jetzt. Discovered. Ja, dafür habe ich was entdeckt. So, guck mal, hier geht es wieder raus. Oder wie, oder wat. Das ist ja doll. Lass auf den Gleisen laufen. So bist du wie bei Stand By Me. Was ist das denn? Ach, die Viecher. Tööö. Oh, wir sind nah dran jetzt. Jo. Meine Donke-Donks. Ich weiß immer noch nicht, was das genau ist, aber... Ne, ich auch nicht. Ist wahrscheinlich auch so gemacht, dass wir das nicht wissen dürfen. Da, da, da. Ah. Take me out. Ha. Never should have come here. Sagt wer... Sagt wer... Irgendeiner von den Typen, die hier rumrennen. Donke-Donk. Was ist denn das jetzt? Einer haben wir. Eine Rakete. Ah. Laut diesem Radar sind hier noch eine ganze Menge Bösewichte, ne? Ja. Kann ich jetzt nicht, aber gerade nicht so tun. Ich bin gerade am Grabben. Ah ja, ist klar. Ja, und mich in der Ecke am Einklemmen. Und es fängt auch am Regnen an. Ja. Bist mich am Einklemmen. Ist ja so. Ach, der brennt sich da schön rein weg. Und er hat eine komische Stellung eingenommen, um zu sterben hier. Eine... Hä? Was ist mit dem denn passiert? Oh, shit. Wem spielst du denn da? Mit so einem... Kopflohchen. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Oh. Wer schießt denn da immer noch? Da hinten ist einer. Nicht mehr für Munition. Ach, komm, Kollege. Jetzt kommt ja noch so ein Ding raus. Goon Goliath. Ah, keine Sniper-Munie mehr. Äh, ich auch nicht. Wir hatten einen ziemlich großen Rucksack. Aber ich weiß, was er damit will. Voll daneben geschossen. Runterspringen. Hochspringen. Keine... Keine Muni mehr. Nur für die ganz kleine Waffe. Ja. Nicht mehr viel, sehe ich gerade. Oh, nee, ne? Was war das denn jetzt noch? Jetzt sterben wir wieder beide. Ach, war das das Ding da oben? Ja. Ja, super. Jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Gebe ich jetzt auf. Äh, ach. Scheiße. So ist das. Am Ende wird die Ente fett. Ja. Brrrrps. So, jetzt, äh, hier mal. Kannst du den ganzen Weg wieder laufen? Klar. Ist aber nicht schön. Gehst du außenrum jetzt, oder was? Keine Ahnung, ich bin direkt in die Richtung gegangen. Ich habe Iridium gefunden. Dann steckst du rein. Aber ich. Ich glaube übrigens, äh, dass du außenrum gehst. Kann auch sein. Ich lade wieder mal die Gleise hier. Ich bin nämlich schon wieder da. Ah, ja. Das ist, weil ich auf die Karte gucken kann, ne? Aber das hat mir ja schon beigegeben, weil manche Gelegenheit festgestellt ist. Hm. Ups, Zug. Hör ich auch nicht. Kacke. Es war ja schon klar, dass wenn ich den höre, dass er schon ziemlich nah bei dir dran sein muss, oder? Ich habe mal auch gehört. Ich habe es nur nicht realisiert, irgendwie. Du bist eine rechte Pfeife. Ja, jetzt lade ich auch in eine falsche Richtung direkt. So, jetzt. Du kannst gleich da bleiben. Ich hole jetzt den Badon-Badonk. Ja, dann müsste man den Trainee hijacken, oder was, oder wie? Dann wollen wir den Buzzard jetzt fertig machen. Da kommt schon wieder ein... Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Thank you, thank you. naja das war anzunehmen oder so auch die buzzard academy academy so den bedonkedonk habe ich sehr schön okay warte mal vielleicht kriege ich dich wo bist du denn hier oben mit der anderen seite ich glaube das schaffst du nicht return to tiny tina na toll ich bin so gut wie da na sowas über die berge das war ein tiefer sprung wie war das bettina bettina haben die wiesen so heißen so dings ich mal einen song gemacht der so hieß oder wie ist er ja irgend so ein hiphop gruppe fettes brot habe es nicht mehr im rächen meinst du das lass die finger von das war nicht das war immer nur die bombes explodiert nehmen wir das brot ja habe ich mir ziemlich sicher dass das für das brot war ein lustiges bild an die steinwand gemalt hier draußen am eingang ein hasenkopf mit schleifchen am ohr ja damals die mehrere von naja wie schön hallöchen also naja mach doch mal die garage halb runter achso kannst du nicht wenn einer zuguckte jetzt kauft sie es bestimmt ein ups was haben wir jetzt gedrückt hier oh sie macht es irgendwie mit ihrem arsch naja hochprofessionelle arbeit sie ist echt so durch was hat sie denn noch keine ahnung wir können sich erstmal um das andere let's do this ich muss kurz die andere quest wieder auswählen emancipate sir reginald naja nun ok set up tinas damsels da müssen wir wohl wieder hier hin ja schau gut aus iridium kann man da rüber schwimmen hm da ist ne brücke naja sowas ich sag wo es lang geht schon wieder eine bombe gesprengt ich hab echt nicht genug money für so ne scheiße mehr ist das so ja woher soll ich sie denn bekommen haben in der zwischenzeit also wenn du du ich würde mir doch deine hilfe gerne entgegennehmen ne ja das ist mir zwar nicht angeboten aber jetzt brauche ich sie nicht mehr boah scheiße da steht sag mal was machst du überhaupt den ganzen lieben langen tag ja ich kümmere mich um andere biester ich glaube es geht los dann ist es wenn ich meine der videobeweis gezeigt dass ich mich in diesem moment versteckt habe immer nur die leute auf die ich schieße um mich wieder zu beleben und äh man 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 du bist unkompetent wie sau einfach da soll ich jetzt noch schuld sein am ende wieder ne ja das beruht auf gegenseitigkeit auf gegenseitigkeit ich glaub wir sind beide inkompetent wie sau aber ja macht doch nicht alles kaputt da ich höre die raketen die da drin liegen die hab ich nämlich mit meinem mit meinem evil eye hab ich die gesehen was ist das denn hier oh das ist die raketenwerter jester ach die sind mir zu blöd kann aber nix meiner macht mir jetzt doppelt so viel schaden wir müssen hier hoch glaube ich ne sieht so aus ja oh das sieht gut aus dass du die treppe hoch gehst ja ja du schwebst da mit bewegenden füßen sich bewegenden füßen schwebst du da so dann hoch ach du aber auch so wie ken so ne treppe hoch gehen würde so ein bisschen wie in minecraft ja noch ein bisschen professioneller so arbeite ha na toll wann wollen wir denn new player skin earned arm damn warte mal wir müssen die noch arm rocket zack naja dann kommt auch direkt jetzt nix wie machen wir das jetzt ich weiß nicht ach sie macht das schon glaube ich zack na wenn die mal nicht sonst wohin geht ha 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 na das ist ja auch mal ne Art im Zug zu entführen ha 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 what 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 hat sie gerade What What gesagt ja und weiß sie was sie da sagt wahrscheinlich oder I said What What In the Train End of the Line ajajaj ja ja denke ich auch da kommen aber gleich wieder bestimmt irgendwelche typen raus also das ist jetzt was wir die ganze zeit in diesem zug wollten im info oder was den wollte vielleicht wir sind ja schließlich voltantas ja das ist klar so viel habe ich schon verstanden hier noch alles kaufen ich auch ich hab mir gedanken kurz um welche art von munition ich brauche you have discovered snow blind defile